Die Abwesend-Anwesenden, die nicht da sind, obwohl sie da sind, sind überall da. Die nicht bei euch sind, werden immer bei euch sein, gleich viel, ob ihr bei euch oder außer euch seid. Denn ihr selbst habt dieses Wort erfunden. Die Abwesend-Anwesenden sind keine Gespenster, nur die, die ihr zu Gespenstern machen wollt, mit denen ihr verfahrt, als ob sie nicht mehr da wären, auch wenn sie da sind, deren Häuser und Land ihr eingezogen habt hinter ihrem Rücken oder vor ihren Augen und hinter ihrem Rücken oder vor den Augen ihrer Kinder, weil sie abwesend sind für euch, auch wenn sie anwesend sind, die ihr verbannt habt mit einem Gesetzesparagrafen ins Fegefeuer, ins Land zwischen Leben und Tod, dass alles in Ordnung gehe nach diesem eurem Gesetz, von dem die Welt noch nichts gehört hat, denn die Welt weiß noch nicht einmal, dass es das gibt, was es sonst nirgends gibt, was nur ihr euch ausgedacht habt, um das Unrecht ins Recht zu setzen und das Recht ins Unrecht zu setzen, in die Wohnungen und in die Gärten der Abwesend-Anwesenden, deren Besitz ihr verwaltet durch Beamte, die ihr dazu einsetzt, wie kommissarische Leiter, die Habe der Juden für sie verwaltet haben im Dritten Reich. Die nicht da sind, obwohl sie da sind, werden darum da bleiben unter euch in ihrem doppelten Dasein. Abwesend wie euer Recht, abwesend wie euer Unrecht, abwesend wie euer Gewissen, Abwesend wie eure Opfer, abwesend wie Ermordete, die verscharrt sind, abwesend wie das Andenken an die Morde. Abwesend wie es, 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 auch abwesend wie es, abwesend wie es für jeden Gladbach, Abwesend wie so, abwesend wie es, abwesend wie es als 31 Gump m werfe. Abwesend wie auch eine Morde zu unter Druck des可愛ten nicht aufwesend wie es hat. Abwesend wie es ihr Fehler ergeben, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020